Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier zu einem UKK, also Anker Theis, kommentiert, Kommentare. Ja, nach etlichen Monaten ist es mal wieder so weit und warum wackele ich mit meinem Kopf rum, ich habe keine Ahnung und warum. Man kennt es von mir, ihr wisst es, ich weiß es. Die Millionen und Abermillionen Theis-Fans wissen es und rufen seinen Namen. Außer den Zierpö von Grillen höre ich leider nichts. Ja, kommen wir mal zum ersten, ich musste mir wieder alles aufs Handy ziehen, kommen wir zum Entsperren. Kommen wir zum ersten Kommentar, wird natürlich für euch wieder hier unten oder da oder dort oder direkt vor der Rübe direkt schon mal eingeblendet. Und alles was hier unter dieses Video kommentiert wird, gehe ich zu 99% im nächsten UKK drauf ein. Bis dahin erstmal diese Kommentare, ich glaube es sind 8. Der erste Kommentar von Steffi. Du willst ihm das Messer in den Hintern rammen, um ihn zu töten? Nein, ich möchte es nicht ihm einfach nur in den Hintern rammen, ich möchte es... Kann man gerade Handy weglegen? Ich nehme das Messer. Ich nehme es. In meiner Hand. Drehe es seitwärts. Und schiebe es ihm in seinem gezuckerten, gepuderten Arsch. Hm. So. Kommentar Nummer 2. Auch von Steffi. Steffi Special, Leute. Ich will ja nicht meckern, aber du bist unscharf. Ich bin unscharf. Ich bin scharf. Ich bin sehr scharf. Und ja, das kann man ruhig doppeldäutig verstehen, weil es ist mir egal. Weil ich es so sage. So. Punkt. Ich habe Kopfschmerzen von den Blöden gewackelt. Kommentar Nummer 3. Oder habe ich vergessen, das Datum rauszuschneiden. Egal. Super Video. Kannst du mich auch abonnieren? Ab-u-m- Ab-u-mieren. Äh. Nee. Kommentar Nummer 4. Steffi. 1, 2, 4. Da kam einer dazwischen. Tut mir leid. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie langweilig war dir da? 42, weil 42 ist die Antwort auf alles. Ich hab's gebracht. Okay, jetzt hab ich ne Wette gewonnen. Nächster Kommentar. Lena Bam. Bist du die Schwester von Julian? Du bist echt viel zu lange am I-Connector. Ist das so diese Generation von Leuten, die so alles in die Länge ziehen, so boah, was? Und sowas, ne? Oder wie geil ist das denn? Du bist viel zu lange am I-Connector. Weißt du, was zu lange ist? Das ist zu einfach. Zu einfach. Nächster Kommentar. Steffi! Yay! Oh, endlich zu Hause! 21.15 Uhr. Genau um 21.15 Uhr. Ich schaff das nie. Um genau eine Viertelstunde danach. Angekommen. Erstmal mit Abendessen ins Bett kuscheln und deine Videos gucken. Erst bin ich unscharf. Dann kuschelt sie sich ins Bett. Und wer kuschelt mit mir? Nächster Punkt. Oh, weil ich nie lange nicht gesehen, äh gehört. Wie viele Games hast du? Da steht mein Game-Regal nur so zur Info. Äh. Viele. Wie bist du zu YouTube gekommen? Über den Internet-Browser. Firefox oder Google Chrome. Such dir einen aus. Ich will hier keine Werbung machen. Und dann tippe man oben www.https.com. Und so bin ich zu YouTube gekommen. Ich weiß, die Frage war anders gemeint, aber... Da könnte man irgendwann mal ein eigenes Video drüber machen. Hast du ne Macke? Nicht böse gemeint. Eine? Weißt du, wie viele ich hab? Was für TCGs hast du gespielt? Also Trading Card Games. So. Die Antwort könnte länger dauern. Angefangen hab ich mit Magic the Gathering. Dann hab ich mit Magic the Gathering wieder aufgehört. Dann hab ich Pokémon gespielt. Dann hab ich... Ah. Da bleibt mir das Wort im Heißen stecken, weil... Dann hab ich Yu-Gi-Oh! gespielt. Dann hab ich kurz gespielt One Piece. Inuyasha. Naruto Trading Card Game. Das Digimon Trading Card Game. Dann hab ich angefangen mit Warlord. Dann hab ich... Spiel ich aber alles nicht mehr. Dann hab ich angefangen mit dem My Little Pony Karten Spiel. Dann hab ich angefangen... Wieder mit Magic the Gathering. Zähl ich jetzt mal nicht dazu. Und dann hab ich angefangen mit Force of Will. Also... Und aktuell spiel ich eigentlich nur noch Magic the Gathering im Commander Format. Und... Force of Will. Ah. Ah. Und der letzte Kommentar für dieses Video. Von Tailsboy. Der wahrscheinlich sich selber ein Like gegeben hat auf den Kommentaren. Nice. Bin auch ein Sonic Let's Player. Yeah. Nice. Ich nicht. Nur weil ich... Nur weil ich... Ein Spiel davon gespielt... Durchgespielt hab und das andere angefangen habe. Plus die ganzen... Bäh... Creepypasta-Dinger. Bin ich kein Sonic Let's Player. Ich bin ein... Ohne Sonic Let's Player. Und... Andere Dinge. Diverse Dinge. Aber der Kommentar geht noch weiter. Nice. Ich bin auch Sonic Let's Player. Und... Und... Möchtes... Du unserer YouTube-Gruppe Let's Play Boys beitreten. Möchte ich das? Ich weiß es nicht. Ich hab... Keine Ahnung. Möchte ich beitreten? Äh... Ich bräuchte mehr Input. Gib mir doch mal Input. Schreib mir eine PN oder auf Facebook, wo ich meistens sowieso nie online bin. Ähm... YouTube. Und... Hast du nicht gesehen? Schreib mir doch mal, was genau ihr seid. Weil... Ich werd jetzt keine Recherchearbeit machen. Weil ich dafür keine Zeit hab. Gut, das ist ne billige Ausrichtung. Ich hab auch noch keinen Bock. So, erklär mir doch einfach, was... Nein, ich will nix in der Zwischenablage kopieren. Äh... Erklär mir... Du mir doch einfach mal, ähm... Was ist eure Gruppe? Was ist das Ziel eurer Gruppe? Was? Äh... Seid ihr ne Sekte? Seid ihr... Äh... Du weißt doch, was ich meine, denke ich. Äh... Schreib mir einfach, weil... Ich weiß nicht, wer ihr seid. Und... Naja... Talken wir demnächst noch mal rüber. Ja, bis dahin. Das war's jetzt erstmal mit dem UKK. Nummer... Zehn, glaub ich, ist es sogar schon. Also, Part... X. 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 Ich sag lieber nochmal X, sonst ist es dreimal X und das ist falsch zu verstehen. Und Steffi lacht sich bestimmt gerade kaputt. Und wenn Axel dieses Video sieht, lacht er sich auch kaputt. Also, wie immer. Naja, bis dahin, ich wünsche euch noch einen Traum. Wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Ha, 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 nimm das News-Time, nimm das, Alter. Äh... Bis dahin, auf Wieder-Gee-Schaut. Auf Wieder-Gee-Schaut.